Willkommen zurück zu Let's Play Grid 2, mein Name ist Kabu, wir machen das nächste Rennen, jawohl, Advent 3, Barcelona Paris und nochmal Barcelona Updates. Ja, jetzt dürfen wir uns hier auch mal was anderes aussuchen. Hack, Grip, 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 Grip. Topspeed, Topspeed, der Supra war gut. Ich weiß es nicht, 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 ich weiß es nicht. Der Mercedes und BMW ist zu langsam. Das werde ich diesmal nicht machen. Auf gar keinen Fall. Wir werden den Supra nehmen. Ja. Ab geht's, Leute. Supra. Ich hoffe, dass ich es dann diesmal schaffe. Wir haben letztes Mal mit dem BMW, weil wir nicht genug Topspeed hatten, aufergeraden, wirklich abgeschissen. Und ich erhoffe diesmal längster Drift in der Karriere. Na, wie viel schon? 159 Meter haben wir einen Drift in einer Seite lang gelegt. Donnerwetter. Auf jeden Fall erhoffe ich mir dadurch, dass wir diesmal auch an die Gegner herankommen. War heute etwas vorausschauend als sonst. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit ändern. Ja, kennen wir. Ja, das wissen wir. Nutze diese Drifts, um mit viel Schwung aus den Kurven zu kommen. Ich liebe das, wenn das Auto drifft. Die Pappen einmal. So, und da sieht man einfach mal, was hier wirklich für Topspeed-Werte bringen. Ja, dass ich hier einfach auf der Geraden gerade an die vorbeigegangen sind. Und den Golf holen wir uns jetzt auch noch. Alle keine Schnitte. Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Uiuiuiuiuiui, das war knapp. Jetzt sieht man, wie ich rankomme. Jetzt habe ich gerade abgebremst hier, dass ich nicht in den reinknalle. Boah, nur Highspeed oder was? So, und jetzt holen wir uns den BMW. Drück mich ruhig in eine Bande, du kleines Drecksack. Oh, scheiße. Zurückspulen. Jetzt können wir uns nicht erlauben, dass er jetzt kaputt geht hier. Platz 1 auf jeden Fall. Jawohl. Wartet mal ganz kurz. Optionen. Steuerung. Nach hinten schauen. Geh, alles klar. Alles klar, guter Vorsprung, ich sehe keinen. Ah, das geht ja gar nicht ohne Rückspiegel. Wer liegt auch den Rückspiegel auf dem G? Ja, der Weg ist nicht eingeschlagen. Ich sehe keinen einzigen. Das ist ein mega Vorsprung. Das ist ein mega Vorsprung auf jeden Fall. Top 4 ist gut. Top 3 ist aber besser. Pusch weiter. Boah, ist auch nicht sowas. Boah, wie geil man von hinten noch den ganzen Rauch sieht. Boah, wie geil man von hinten geht. Boah. 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 Ja, jawoll. Weiter geht's. Absolut geil. Absolut geil. Ich hoffe, dass das neue Formel 1, was im September wahrscheinlich wieder so kommt, auch so Spaß wieder macht. Komm, komm, komm. Paris. Eifelturm. Peace. Lübe unterm freien Himmel. Ja, ja, machen wir ja. Wähler. Es ist ein kleiner Klugscheißer. 2, 1 und das. Ich würde sagen, der stark war mal besser. Ja. Uuuuh, eu, 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 eu. Jawoll. Okay, einer ist raus. Jawohl. Ja. Was denkst du? Oh, das war scheiße. Aber richtig scheiße. Das ist ein bisschen übertrieben. Boah, der ist schnell. Der ist verdammt schnell, der Arsch. Der Arsch. Ah, Nadel links. Jawohl, ein bisschen dichter rangekommen. So, jetzt haben wir ihn. Wenn wir mein Rennen hier fahren und dann klappt es. Linke Kurve laut Karte. Nein, jetzt bricht die Tussi nicht aus. Das habe ich ihn gerade nicht zum Rutschen gekriegt. Noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. So, diesmal fahren wir hier lang. Und nicht die andere Seite. Wow, 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 wow. Das ist knapp. Hier war es letztes Mal richtig, so wie ich weiß. Boah, Leute. Geht das ab. Also die Strecke verzeiht auch keine Fehler. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Scheinwücher läuft wieder. Total genial. Diese kleinen Details. Anadel. Jawohl. Das war 100% geslidet. Schön mit der Schnauze vorne an der Kante. Man muss wirklich sagen, Leute. Ich spiele mit. Ich spiele mit Tastatur und dadurch holt man ohne Ende kann man voll heizen. Ohne Probleme. Es kriegen nicht viele Spiele erst allein. Hier dann war es genau. Klasse Leistung. Jawohl. Ja, das ist unser Sieg hier. Komm, Baby. Lass jucken. Jawohl. Perfekt, Leute. Perfekt. Absolut geil. Absolut geil. Ich muss einmal zu trinken. Eine ganz starke Leistung. Damit führst du die Eventwertung an. Ja. Einrennen müssen wir noch. Weiter geht's. Junge, 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 ey. Ey. Absolut der Wahnsinn, das Spiel. Längster dürft 159 haben wir uns nicht verbessert. Ich hätte gedacht, vielleicht wo wir durch die Kurve so lange geslidet sind, dass das vielleicht etwas mehr gewesen wäre. Aber leider nicht. Die Strecke führt über öffentliche Straßen. Der Belag kann also ziemlich uneben sein. Das ist Carter. Er kämpft doch gern mal unfair. Sei auf der Hut. Ja, ja. Leute, mir kann den Siegler keiner mehr nehmen. Woll gleich an dem nächsten vorbei. Ja. Ganz scharfe Haarnadel. Noch eine. Uh. Leckumio. Boah, wir müssen unbedingt aufholen. Scheiße, komm mal mein Auto an. So, den Golf holen wir uns jetzt. Und wieder einer weg. Mach so weiter. Ja, 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 ja. Mach ich doch. Baby, Mann. Warum rutschst du denn jetzt nicht? Ich wollte gleich in der Bundle drücken. Aber das hat nicht geklappt. So, diesmal fahren wir hier lang. Ich glaube, dass das nämlich hier schneller ist. Ja. Boah, ey. Das wird ein enges Rennen, Leute. Echt. Mann, komm. Mann. Nein, jetzt werde ich gegen die Wand geschlagen So, das reicht Sollen wir hier ein bisschen vom Gas gehen Jawohl Der Auspuff darf nicht abfallen, dann haben wir weniger Leistung Kriegen wir einen leichten Rechtsstrahler mal jetzt Aber der Rechtsstrahl geht noch Ist noch vollkommen akzeptabel Naja, mach ich doch Komm, 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 komm Uh, das war Nice Wenn mein liebes Auto mithält, fahre ich auf Sieg Mach die Tür zu, das zieht Klasse Leistung Noch ein Fahrer, dann hast du den Sieg Ja, wir haben auf jeden Fall die Meisterschaft jetzt gewonnen Wenn jetzt noch was passieren sollte Aber ich glaube nicht Jawohl Sieg durch K.O. Ja Aufgeräumt Ja Ja Ja, 16 Punkte im Vorsprung Was will man mehr Weiter geht's Ich würde sagen Das war nice Nice, nice, nice Nice Du tust viel um Fans zu gewinnen Ja Versuch in Rennen gegen die Top Clubs Ein paar gute Ergebnisse zu erzielen Um deinen Bekanntheitsgrad noch zu steigern Okay Aber wir sind doch eigentlich fertig Oder täusche ich mich jetzt Nee Nächstes Mal kommt dann Flat Ready When Meisterschaft Ja Ich würde aber auf jeden Fall sagen Vielen Dank fürs Einschalten Bei Grid 2 Mein Name ist Kaboul Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, Daumen nach oben Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss